So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich fahren mit einem Fahrzeug von Sweetie Sands nach Colossal Cropes. Damit ist es halt gemeint, hallo. Von hier ist Sweetie Sands rüber, dahin. Ist ein sehr weiter Weg, vor allem ist da natürlich viel Gelände im Weg. Was bedeutet, wir müssen uns definitiv ein Fahrzeug auf Geländewagen umrüsten, aber ist klar, das ist jetzt neu im Spiel, dass wir so eine Aufgabe bekommen. Und ich gehe einfach hin, gehe hier in die Garage, dann achtet drauf, ja gut, wir haben jetzt Glück. Das Auto hier ist komplett aufgetankt, weil definitiv, das Auto muss voll sein. Und ansonsten werdet ihr das Ganze wahrscheinlich nicht hinbekommen. Oh Gott, ein bisschen laut das Auto. So, dann fahren wir wirklich jetzt quer, fällt ein. So, wir fahren jetzt wirklich hier den kürzesten Weg, bedeutet wirklich geradeaus. Wie ihr seht, Geschwindigkeit verlieren wir kaum. Und als Tipp gebe ich euch einfach, macht das Ganze im Solo-Modus. Denn im Gruppenkeile sind die meisten Autos gesperrt, was natürlich dazu führt, dass ihr mit den Autos halt nicht fahren könnt. Also macht es wirklich im Solo-Modus oder macht es mit Kollegen zusammen im Duo-Modus. Wie ihr seht, der Tank ist immer noch ziemlich voll und wir können immer noch einfach geradeaus fahren. Jetzt ist natürlich die Frage, schaffen wir es durchs Wasser oder nicht? Ansonsten müssen wir nämlich einen kleinen Umweg fahren. Warte mal, wir nehmen hier die... Na, hier müsste es eigentlich passen. Aber das ist ja ein Geländewagen. Ach, habt ihr gesehen, wunderbar, kommt mir hier durch. So, dann fahren wir hier vorbei. Ist halt ziemlich simpel eigentlich. Aber es soll natürlich mit Geländereifen, weil den normalen Weg werdet ihr wahrscheinlich nicht schaffen. Allein vom Sprit her nicht, weil ihr einfach viel zu langsam seid. Und nehmt euch auch nicht den Lambo oder ihr müsst den Lambo halt wenn umbauen, aber benutzt den Turbo nicht, weil sonst wird der Sprit wahrscheinlich auch nicht reichen. Und wie ihr seht, wir haben es jetzt noch... Ach Gott. Mehr als die Hälfte vom Tank ist noch da und so schnell ist man dann hier drüben. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, dann natürlich gerne ein Like da lassen, wenn du noch kein Abonnent bist. Gerne auch ein Abo raushauen. Denkt dran, das Ganze ist nur ein Leak. Kann sein, dass die Aufgabe ein bisschen anders vorkommt. Ich werde den Titel aber dann auch dementsprechend anpassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein. Bis zum nächsten Mal.